Herzlich Willkommen hier zu neuen Video zu dem Format für das bei dem Format von euch für euch gewünscht von John Klopp und zwar Shadowgun Dead Zone das spielen wir jetzt mal und es guck mal das ganze zu mir ich bin am an der kein Ding wir spielen das einfach mal wir werden so ablosen das ist was das ist das ist klar Spawn ja wir spawnen dann gleich so das war unser Gegner scheiße wir sind zum Glück nur Guests das wird ein ganz kurzes Video ich merke schon am PC wird das nichts zum Spielen und wie er tot kontrols es kriser Gibt's ja auf deutsch, na klar, gibt's auf deutsch. Leichen. Leichen. Was? Leichen. Wir leichen mal, wir leichen. Wuhh. 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 Fuck it. Aber es war aus dem Legat noch ein Gast. Oh man, aber das ist so geil. Leichen, der Leicht. Leichen. Können wir so spielen? Ne. Schade. Wir haben einen! Yes! Ja! Mann! Ah! Ich freu mich so! Wuhh. Wuhh. Schade. Den hätten wir auch gekriegt. Sagen wir mal wieder Leichen. Ja, kommen wir Leichen wieder. Irgendwie, das ist komisch muss ich sagen. Das ist echt komisch. Haaa. Ja, es ist am Tablet oder am Handy bestimmt ganz geil, muss man sagen. Kann ich mir vorstellen. Aber hier macht es irgendwie keinen Spaß. Scheiße von da. Den oben hätten wir fast gekriegt. Nein! Nein! Ja, es ist einfach scheiße. Nein, es leckt! Ui! Ja! Ja! Ja, zumindest nicht letzter Platz, das kann sich aber auch noch erinnern. Wir spielen jetzt noch die Restzeit zu Ende und dann war es doch schon für dieses ein bisschen schlussend. Das hängt auch wie Sau. Und auf der Runde. Fuck it ey. Ja, das war klar. So schnell können wir uns nicht drehen. Immerhin drei, also doch. Was geht bei uns? Ah komm, wir warten jetzt noch die 13 Sekunden. Scheiße. Was Ministrin? Ja, das ist eine Schluss. Das ist ein Schlimmes für das. Das ist anders. Mass. Rises Rauspuck. Ja, wir schließen das ganze mal. So, gut, dann wars das für diesen Part, ich hoffe es hat euch gefallen, also ich fand es mal nicht schlecht, also auf dem Tablet und so ist das bestimmt geil oder auf dem Handy, aber für den Computer ist das nicht ganz so zwar, wenigstens gab es hier keinen so en Grafik-Fail. Ja, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen und vor allem dir, John Klopp, dann bis zum anderen Mal. Ich nehme dann gleich das nächste auf, schauen wir mal was es wird, bis dahin, tschüss.